Lösen Sie nach x auf. x Cosinus x gleich Cosinus x. Wenn Sie zu so einer Gleichung kommen, sollten Sie auf jeden Fall etwas nicht tun, nämlich durch Cosinus x dividieren. Weil es gilt, Teile nie und nie heißt nie durch x. Und damit auch nicht durch Cosinus x. Das heißt, Sie subtrahieren Cosinus x und haben x Cosinus x minus Cosinus x gleich 0. Und dann können Sie ausklammern. Das heißt, dann haben Sie x minus 1 mal Cosinus x gleich 0. Und dann wenden wir den Satz vom Nullprodukt an. Das heißt, entweder ist x minus 1 gleich 0 oder damit x gleich 1. Oder es ist der Cosinus von x gleich 0. Und Cosinus x gleich 0 bedeutet x gleich Arcus Cosinus 0 oder x1 gleich Pi halbe. Also Arcus Cosinus 0 ist Pi halbe. Das ist unser x1. Unser x2 ist 2 Pi minus x1, also 3 Pi halbe. Und jetzt können Sie die Lösungsmenge angeben. Wir geben die Lösungsmenge zunächst für alle reellen Zahlen an. Die Lösungsmenge ist dann die Menge aller x Element R für die gilt. x ist gleich Pi halbe plus 2 K Pi. Ganz wichtig jetzt bitte ein oder schreiben, kein und. Oder x gleich 3 Pi halbe plus 2 K Pi. Und die letzte Lösung nicht vergessen. Oder x gleich 1 für alle K, die ganz zahlig sind. Das wäre die Lösungsmenge auf ganz R. Die Lösungsmenge auf 0,2 Pi, die auch öfter gefragt ist, wäre hier. Nur zwei Elemente, nämlich diese beiden. Alles andere durch die 2 Pi Periodizität fliegt raus. Also die beiden und das x gleich 1 natürlich. Das wären dann hier Pi halbe 1 und 3 Pi halbe.